Moin Moin und hallo Leute diesmal spielen wir beruhigt League of Legends siebter Part von League of Legends wieder mit dem Noob Timo Wasch und dem Pro Darkest Vier für eine Nacht ich habe eben gedacht der heißt LP aber der heißt Polen und eine Polen apropos Polen das passt nämlich jetzt weil Polen Ukraine ist ja ist EM und für wem bist du denn eigentlich ich ist meistens spiele die letzten nächstes mal inhaltlich deshalb hinanden ein spiel in der Wege sind in der EM wer ist ein Favorit deiner Hauptkomt Favoriten wer ist dort und naja aber jetzt schon sehr sehr schwer wieso äh erst mal gegen Italien und dann im Halbfinale voraussichtlich gegen Spanien ich hatte überlegt wenn das jetzt nicht so lang wird dass ich Full HD winner 1080p mach ich eigentlich wollte ich jetzt eigentlich bei jedem Video machen auch wenn es irgendwie Quatsch ist oder nicht hattest du deutschland Griechenland geguckt ja die 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 gewonnen ich fand Prozent die Griechen haben ihren bessere Taktik gab aber sie haben zu schlecht agiert ich fand die waren richtig defensiv da stand ja schon das ganze Team ja mal Deutschland war sehr anfällig auf einmal deswegen ist wohl auch das erste Tor geschossen Deutschland ist ja die jüngste und spielerfahrendste Mannschaft ich hab eben schon gedacht da kommt der Kill aber dumm dass wir ausgerechnet den Off Tank rausziehen ne beziehungsweise ich spielt er Off Tank naja er ist da Off Tank das hab ich gesagt ja aber ja die Frage ist ob er auch Off Tank spielt ich liebe diesen Fall Damage ich würde es gut finden wenn man jetzt schon seine E haben würde aber mit Varus hast du mit Varus Manda Probleme am Anfang wenn ich spame ja sonst ich hab ja auch Klarheit aber hier kann man ja schnell wieder in die Base ich finde das irgendwie unnötig dass wir mit der Spank hinten die ganze Zeit da links Dampf rauskommt du musst die ganze Zeit Dampf ablassen welchen Clown hast du unaufgegessen da hat sich auch noch ein Muslim hier rein Chris Frage wer ist der Filmcharakter dessen Name Shekko hat Filmcharakter? Michael Myers Filmfilm ist er ja ja du meinst bestimmt äh vom Batman da Michael Myers ist von ähm Dings Halloween oder so ist ein Mörder von einer weißen Master weißt du eigentlich woher sich Hunger Games also von Minecraft drauf beruht? ja die Tribute von Panem den Film hab ich auch geguckt aber am PC hab ich recht nein im Kino mit meiner Mami von meinem Bruder äh I think ähm I think that people call that family nein wann ähm das müsste wann ist der Film ins Kino gekommen? Komplor und er hat immer guck mal hier auf 3 gegen 3 bin ich richtig gut im Grappen ist er jetzt kein Grab daneben gegangen hab immer einen Champ erwischt 5 von 5 Grabs getroffen der Lust da oben wirkt der soll nicht so offen ich gehe sogar nicht mit den Automanern soll nicht so offen sich spielen so ja der verreckt meine Arbeit ist nicht erledigt wie heißen wir Michael Myers? mhm das ist der Mörder aus dem Halloween Film ich habe nichts zu verlieren das war irgendwie einer der ist in die Psychiatrie gekommen denn als er weiß nicht ob er ausgebrochen ist oder rausgekommen ist auf jeden Fall ist er seitdem halt Mörder glaub ich so war das also Mörder glaub in dem einen Teil schon wieder Grab getroffen so Pro-Life 6 von 6 Grabs noah jetzt macht er fast stumm das ist so scheiße wenn ich mal einen Fall machen will da ist ein Geschütz ne doch ne Keline Olimia Olimia so langsam los mach den Pfeil ja hab ich nicht ready ach scheiße ich hatte war zu lang sonst hätte ich in die Luft gehauen Moment mal hat er meine eh schon aktiviert war es den verarschen oder was ne ich hab gedacht vielleicht steht er ja noch hatte ich auch schon mal aber getroffen hätte ich nicht ich hab nämlich nur die Range vom Turm ja er schreibt er veränderte er sagt ein Kind aber geschickt beschrieben sie erhalten dies ein Tor an Bord ein hartnuss aber dies eine Ego Antortes anstattungsvolle und schon wieder geklärt so Pro-Life eine Mutter meine Mutter meine Mutter ich geb er was mit einer Mutter ich denke sie es ist weiß wir sind alle drei hier primär sie ist reiss ja weiß koch gerade essen deswegen wird sie eigentlich top hart losen aber sie hält sich wacker läuft immer hin und her während sie gerade essen aufsetzt und ich wollte den checken und grabben so ein scheiß gefällt nein ich hab bei uns da auch hat dieser war ist bitte hilfe bitte hilfe der liefst sie mir ja danke war es doch dabei an der wollte ich haben du scheiß ego ist das war scheiß krester gewesen und krester sind auch egoistisch und wird er weiß mir dank überleben nein dauert stürzt ich weiß nicht ob ich den töte du bist ja richtig toll im helfen du bist so richtig toller helfer ja kommt vom roten kreuz ola und luki steht da steht unruhig moment hat andere tastatur darum ist über dem os und kleiner strich warte kann ich auch morgen mal aus welchem land was alter warum ist die aufnahme schon wieder beendet worden langsam nervt das ist was aber so mitgekriegt wieso ich weiß ja noch nicht mal und jetzt angriff weiß ja noch nicht mal wie lange sie beendet worden ist komm schon wieder gekriegt ich bin ja nicht gut ich bin klettern 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 und außerdem habe ich meint es dann folgt aus dem ich auch okay der plakar steckungen bieten ich glaube ich versuchen durch die wand zu greppen größer als geschrieben der entstück war schon oben nicht länger wechselt es ist ein wechsel das heißt es ist dass er es kommt von dem ss am ende von miss und dann oben und ich glaube er kommt von hier weiß ich aber nicht genau oder wie du sagst mal sarkos recall ja weiß ich nicht und er schaffte es in den we call doch das war leider nur ein scherz hat es verkackt hast du schon das neueste gehört jeder boy möchte wahrscheinlich mit super talent aufhören und und thomas gottscheid tritt ein keine ahnung warum habe ich eigentlich fünf zusätzliche fähigkeitsstärke weil habe ich auch magiedurchdrehung oder so ein schrott ss 2 warum habe ich mit dem charakter fünf zusätzliche fähigkeitsstärke guck mal warum schreibst du keine ss warum muss ich ss schreiben du warst auf der lane ich war back äh ich war back und du warst auf der lane andersherum ich war eben back nein ich war back ich auch ich war eben erst gekommen du warst beide back aber trotz du warst vor mir da nein doch du warst vor mir da du warst vor mir auch was mit der Karte da weil ihr seid so schlecht du bist auch aber Alter scheiß Meiser Töte ihn oder ich töte dich Au au Wary was Zast Hä Wärme das Z Was hat er für ein Problem der ist tot außerdem sind wir ein Team er hatte schon mal so einen Vollidioten im Team Was will er? Ja er hatte No Take My Farm das sind nicht seine weil er nur auf der top lane ist außerdem wenn wir ihm helfen dann können wir uns wohl auch eine kleine Belohnung holen ne ja ne das immer schreibe ich auch wenn er hier irgendwie in den Jungle geht ne wenn er in den Jungle geht ja das ist toll schreibe ich das gleiche ja der Red Buff da ist nix für ihn aber es gibt auch Vollidioten dessen Name ich nicht erwähnen müsse weil sie es cool finden einfach mir Buffs zu äh stehlen Timo Melchert aha 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 ah nein die den noch nicht mal brauchen ah ah du wirst so ein verrecken Bure na Fallt schon egal ja was machst du was penetrierst du hier den Buff hierher ist das der Richtige? es gibt lol ah super der Richtige ja BTF der ist er der läuft sie dich überraschen dieser Schock von Idioten vom Meister da hält er mich fest das war aber gut durchdacht das war aber ganz knapp hatte gerade hatte schon gedrückt also er hatte schon die Q auf Q gedrückt und Linksklick gemacht und in dem Moment wo ich Linksklick machen wollte ganz kurz sofort ist er eine Ulti gemacht sind die nicht premade? sieht irgendwie so aus wenn sie sowas machen aber der war wie wenig zieht die Ulti? 145 oh du bist mal wieder so schlecht und ich wieder so gut 113 ist nicht schlecht nur weil ich keine Kids hab hab viel geholfen und du hast schon wieder kein SS geschrieben alter ich komm gerade am Turm an da meckerst du mich an ja ich war schließlich back ne? sorry dass ich back war ich war tot hä? wo ist Malser? da helfe ich ihm und dann sag dass ich weggehen soll es gibt keine Erlösung Dego ist es wäre lustig gewesen hätte er geschrieben don't take my farm obwohl ich noch nicht mal einen was angekriegt hab why you kill Olaf it's my it's my enemy ja geh doch da nicht hin ich wäre aus Protesten nicht hingekommen er hat doch gesagt du sollst da weg dann gehst du auch bitteschön da weg wenn er so will du kommst du her heute ne meckerst er einen an ey du bist du bist hässlich bei dir wärs ja noch nicht mal ne Lüge oh du scheiß ich habe nichts zu verlieren das macht die bestimmte Person auch immer hallo ich hab ich hab zuerst angegriffen und er hat schon davor ihm Schaden gemacht also sag mal nix ne ich hab ihn schon davor Schaden gemacht äh lol Angriff ups ich bin tot hoffe ich doch nicht ich hoffe schon du bist ja nett ja siehste durch meine Aktion haben wir hier beide überlebt du warst so ein scheißlacker so ein scheißlacker also ich will dich da mal berichtigen also dass du mich als Lacker bezeichnest das geht jetzt mal gar nicht das war ausschließlich boah ich werde angerufen meine Mutter war mal Timo Essen gehen los guck mal her das lesen wir noch kalt meine Zeit ist nur geliehen nur fadlinge entfliehen im Schicksal und Achts du hast du sagen ist jötig zum mal Doctor publiniz rom aufsache der Kerry Karri klicksteln ab, ne? Aber ich hab 20. Sag mal nix. Ja. Sonst hattest du noch 50 Minum und 27. Du hast dich deutlich verschlechtert. Ich weiß. Hör auf. Ein paar Personen. Ich geh in die Ecke und schäm mich. Hoffe ich doch. Ach, ach, nein, nein. Verdammt. Fail. Nein, Alter. Hilfe, Mama, 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 Papa, Mama, 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 Mama. Alter. Auf was geht der bitte? Der geht auf AP. Kein Wunder, dass er so viel Schaden reinhaut. Und dann kommt der Weiß und holt sich die Last Hits. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Gibt auch jemanden, der macht das immer bei Champs so. Der denkt, der wäre overpure. Rätest du von dir oder von David? Von dir. Hallo, ich immer... Ja, und du eben mit Wayne, ne? Hä? Eben? Ich habe auch nie mit Wayne gespielt. Das war vor drei Tagen, wo wir es aufgenommen haben. Was? Ich stelle Zeit. Etwa geht. Das ist unrupplich. Das lernt man gar nicht. Versammt. Alle Noops gehen in den Busch. Ich habe gesagt, gehen in den Busch. Timo, rein da. Timo, rein. Los. Schnell. Du bist reingegangen, nicht ich? Ich bin nicht reingegangen, ich bin durchgegangen. Ah, ich habe ihn geslowt. Ich bin gut. Oh oh. Nein. Ja, doch. Nein. Tschüss. Sterb. Nein. Nein. Werdig. Nein. Doch nicht. Keine Werdig. Werdig. Sorry. Dann habe ich den Kälber bekommen. Zeig mir schon. Komm, 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 komm. Du bist tot. Na, kann nur. Ich oder er? Du. Er auch. Weiter. Ich muss nicht vorstellen, dass das so dumm ist in der Tatum bleibt. Oh, es gibt schon einige, die das machen. Nicht alle spinnen, so wie David. Ich bin mal wieder unschuldig. Der steht da oben. Oh, wie lackehaft er ist. Ich habe da noch nie Lack. Ich werde immer sterben. Und sterb mal schnell, damit du gleich viele deathstest, wie ich. Und wir dann gleich wieder Statistiken haben. Alter, ich gehe nicht in die nächsten Gebüsche. Ich habe kein Bock auf die hässlichen Geschütze. Let's see. Toll, Geschütze, kannst du. Nein, da. In das da. Auch nix. Ja, siehste. Du dachtest, da war was drin. Also, du sagst gar nix. So. Das sieht aus, als wärst du alleine. Und dann kommt eine Hand aus dem Gebüsch. Und greift sie sich. Ich will gerade erst schreiben. Aber merkte ich, Sheko ist schon oben. Ja, der kann sich ja rüberflaschen über die Mauer. Meine Bestimmung ist nach. Leu. Der Schaden. Ich habe Angst. Mama. Deine Mama ist tot. Jetzt wird ihm angerufen, aber es war... Äh. Das war mein Vater. Ich sag, das wäre deine Mutter. Nein. Lügner. Habe ich niemals gesagt. Hi. Oh, du. Ich penetriere dich. Du bist so genug, wenn er wegen dir entkommt, ne? Ich töte dich. Hallo, ich habe ihn noch in die Luft geschlagen, dass du wieder angekündigst. Und der ist noch nicht weg. Der ist noch nicht weg. Aber du tot. Du bist so ein Vollid tot. Hilf mir doch. Ah. 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 Ich bin schlau. Ich habe Dings getötet, damit der Dings nicht weiter festhalten kann. Bin so gut. Nein, nein, nein. Siehst du? Lacker. Nein, das war mein Skill. Hier meine passive da. Genau. Und jetzt steht. Und überlebt. Gemütschen mit Lack. Ich gebe dir gleich Lack. Okay, gib mal. Moment. Ich muss mal kurz den Penny. Hä? Kannst du dir von The Binding of Isaac holen? Da gibt es Pillen, die machen Lack ab. Ja, die nimmst du jeden Tag, ne? Ich habe mir jetzt ja The Binding of Isaac bei Steam gekauft, ne? Deswegen hast du extra die letzten beiden Tage The Binding of Isaac gespielt, ne? Was? Die letzten beiden Tage The Binding of Isaac gespielt. Ich habe sie mir auch bei Steam geholt. Und ich habe das Add-on Wave of Lump. Auf der Lump. Hat das was mit Lukas zu tun. Hä, wieder Lukas? Äh. Crazy Lump. Ah, no. Was, ihr im Lump gesagt habt. Kennst das noch nicht? Nö. Es macht 100 neue Items, mehr Boss-Gedner und so. Hast du schon gefangen? Ist Orks must die doch gut, oder? Was? Das Spiel? Das Spiel Orks must die, findest du doch gut, ne? Na ja. Wieso? Es soll ein zweiter Teil rauskommen, falls du es noch nicht weißt. Ich will lastet, du Noob. Ich habe ja gesagt, Noob. Nun habe ich so Gift an, halt, wegen dir. Bitteschön. Sagst du Dank. Bau dir hier ja nicht deine Geschützarmee auf. Oh, was ist das? Ach, das wäre der Fake. Der da rausgekommen ist. Genau. Ich weiß, wer der echt ist. Ja, der da hinterfraut. Scheiße, ich habe gedacht, das wäre ein Fake. Ich rette dich. Nicht. Ah, doch, rette dich, weil ich ihn abgelenkt habe. Ah. Nein, hast du nicht. Ja, du denkst ihn wieder auf dich, ne? Willst du, wie wir das machen mit hier am Tower-Dingsten da? Ich habe keine Ulti-Way-Di, wie soll ich das machen? Ihr habt einen Flüten getötet. Einfach. Meiser Haar. Du bist mein. Schon wieder wegen dieser scheiß passiven von der Ulti. Kinker ist nicht mal nett. Ah. Scheiß. Dingens. Oh. Der Checker muss auch immer in ungünstlichsten Momenten kommen. Immer, wenn man ihn nicht erwartet, kommt dieser dreckige Clown und killt einen. Ist doch lustig. Ein Small. Ich reporte dich wegen anzüglicher Sprache. Kannst du nicht beweisen. Obwohl doch. Musst den Link zu deinem Video schicken. Aber dann wissen wir, dass wir uns kennen und nehmen das nicht so ernst. Wer bist du? Ich kenne dich nur unter deinen Namen, Darkness4498. Ach so, wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir gehen auch in die gleiche Klasse. Wirklich? Einer Zufall. Weißt du was? Ich hab jemanden bei Facebook, der schreibt jeden Tag, so vor um 20 Uhr, ob jemand mit ihm schreiben will, weil ihm langweilig ist. Ist es deine Mutter? Nein. Okay. Aha. Was hast du mal gesagt? Ich hab Angst vor diesen scheiß Schacko-Geschützen, weil die langsam so viel Damage reinrühren. Aber ich hab Schacko auch schon mal AP gespielt. Warum warst du jetzt eigentlich letzten drei, vier Tage nicht mehr da? Gehört das hier her? Können wir nach der Aufnahme klären. Okay. Aber ich find das gar nicht mehr. Nico fragt jeden Tag. Ich glaube, ich hab Nico noch bei Skype geblockt. Ich glaube, ich hab Nico noch bei Skype geblockt. Ich weiß jetzt, was Timo hat. Niniiniini. Ich hab' den Server kamen. Wann ich ja Server wieder on? Ja, mal. Deswegen hat er erst nicht mehr, komm, als ehrlich gefragt hat, was du hast. Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Das geht so nicht. Und dann kommt der kleine Timo. Okay, klein vielleicht nicht. Ähm. Und holzt sich die Lars. Loll. Das ist ne' Verarschung. Guck mal, ich bekomme für keinen kriege ich ne' Unterstützung, ne? Alle drei bekomme ich keine Unterstützung. Ist so fair. Ist das auch. Und aus so ne' Verarschung ist sie dann Olaf, wen wir holen. Und dann kommen die anderen beiden Schacken aus so'n Gebüsch. Die sind wirklich primate, schätze ich mal. Wer hat dir gehen noch? Ja. Amp. Okay. Das kam mir vor, wie abgesprochen, dass der, wie er gesagt hat, hat, äh, okay, sie sind primate. Naja, ist schon immer noch gut. Du hast auch mal geschrieben, dass sie mich reporten sollen. Das hab ich gesehen. Ich kenne dich nur unter deinem Sockernamen. Ich verdisconnected, weconnected wieder. Und das, was sehe ich, in dem Moment, wo ich reconnected bin, hast du geschrieben, report. Ähm, weiß nicht mehr, wen ich gespielt hab. First time war Isaac. Ja, im Isaac war ich first time besser als... First time ist da keine Entschuldigung. First time ist eigentlich nie eine Entschuldigung. Oh, oh. Deine Mama ist tot! Nein, Mama. Du bist meine Mama. Ihh, nein, was hab ich für einen Sohn? Ihh, aus dem Gitzkopf gar nicht. Zum Glück, dass ich auch hier noch. Meine Arbeit ist nicht erledigt. Hauptsache, topverkackt nicht. Du rennst mir hinterher. Nö. Ich stirb. Also, das Game Mütter sind weiblich. Passt doch. Haha. Ha. Wie lustig wir heute wieder sind. Hä? Wieso? Weswegen wohl? Frag ich mich auch. Ha. Wie lustig wir heute wieder sind und versuchen, den Lasten zu nerven. Sind wir schon gelungen? Eigentlich, Leute, wie tief könnt ihr schlucken? Nein! Danke. Ich bin... Ich kann auch nicht entfernen. Gebt mir in den Dreck. Ich habe nichts zu verlieren. Nö. Nein. Nein. Dieses Spiel meint das doch langsam. Yay. Mal wieder gewonnen wegen der guten Leistung von Blitzcrank AK Darkness 4498 AK. Warte, ich kann noch mal die Stats angucken. 446, der Noob, laut Duster 718. Drehe mir nicht die 9 um. Und guck mal dein Vassainform an. Du hast die Verabschiedung vergessen. Ich habe mich noch nicht verabschiedet. Ich habe auch noch nicht ausgemacht. Ja, aber wenn man in der Statistik ist, geht die Aufnahme doch automatisch aus. Nein, ich kann es Tab drücken und ich sehe es trotzdem. Mal sehe ich das, mal aber nicht. Ach so. So ein Bug. Ist das noch drin? Ja. Wie gesagt. Also, ciao, ciao, Leute. Bis zum... 449 immer noch. Nein. 446. 449. 446 und 29 war sein. 449 war sein. Nein. Doch. Ich sehe das hier. Ja, ich sehe es aber auch in der Statistik nach dem Spiel, wenn man auf weitergedrückt hat. Okay, guck das gleich nochmal nach. Ciao, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Washi Aude rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Der Wahre wächelt. 화�